Es handelt sich hier um eine sanfte und effektive Reinigung, die zu mehr Wohlbefinden, allgemeiner Gesundheit und Energie führen kann. Schon vier leichte Reinigungen mit der Fünf-Tages-Reinigung innerhalb eines Jahres und eine gesunde Ernährung können uns dazu helfen, die Extreme der modernen Ernährung auszugleichen. Das sind für Extreme gemeint, eben Konservierungsstoffe, Topside, Schadstoffe und Rückstände, was alles in der modernen Ernährung drinnen ist. Oben treibt natürlich, dass die Nahrungsmittel selbst oft nicht mehr so gesund sind, zum Beispiel Protein, zum Beispiel zu viele Chromosomen. Diese näherende Reinigung beinhaltet den Ningxia Red Wolfsbärensaft. Da nimmt man während dieser fünf Tage 1,5 Liter zu sich. Dann Balance Complete, ein Eiweißpulver, ein Proteinshake, der sehr, sehr wert ist. Und die Dichester-Cleanse-Kapseln. Dichester-Cleanse-Kapseln, das sind in einer speziellen Gelhülle Öle, ätherische Öle. Das ist eine sehr dicke Softgel-Kapsel, damit sich die Öle nicht auflösen, bevor sie in den Darm kommen. Denn, wie du weißt, im Magen haben wir die Magensäuren und würden wir Öle einfach so trinken, dann werden 80% der Öle eliminiert. Bedeutet, wenn ich es konzentriert in den Darm zur Wirkung bringen möchte, dann verwende ich Softgel-Kapseln, sodass ich die Öle erst im Darm ausbreiten kann und da ihre reinigende Wirkung entfallen kann. Softgel-Kapseln haben, die das Öl schützen, bis es in den Darm kommt, weil wir eben die geballte Kraft der Öle in diesem Fall, wegen der Darmeinigung, direkt in den Darm wollen. Neopoldin, eine Frage ist sehr gut, Gelatin oder vegan? Ich selbst bin Vegetarier seit 35 Jahren. Ich habe Gary Young diese Frage gestellt. Zwischen den Palo Santo-Bahnen in Ecuador, da war ich auf der Farm zu Besuch und Gary hat gesagt, schau Aditya, das Problem ist, bei veganen Kapseln müssen wir einen synthetischen Stoff verringen, sonst ersetzen sich die zu schnell. Das heißt, alle vegetarischen oder veganen Kapseln sind mit Synthetika versetzt, damit sie diese Integrität haben und nicht von den Magen-Sauern zersetzt werden. Gelatinkapseln, das ist natürlich nichts für Vegetarier, für Veganer, hat Gary gesagt, aber sie sind natürlich. Und Gelatinkapseln kommen unbeschadet, unverdaut bis in den Darm. Hat er gesagt, was sollte jetzt Young Living tun? Sollte Young Living Synthetika in die Soft-Gel-Kapseln einbauen? Oder sollte Young Living die Vegetarier und Veganer und die Tiere dieser Welt vor den Kopf stoßen? Und das ist eine Wahl wie zwischen Cholera und Pest, es ist beides nicht gut. Er hat gesagt, aber weil Synthetika viel gefährlich sind, als man bisher allgemein zugibt, verzichte Young Living darauf, die Synthetika als veganen oder vegetarischen Kapseln zu verwenden und verwendet Gelatinkapseln. Das sage ich dir als Vegetarier von 35 Jahren, tut mir auch absolut weh. Auf einer Seite, auf der anderen Seite verstehe ich die Logik von Gary Young und kann sie absolut unterstützen. Zweitens. Schauen wir uns den Ernährungsplan während der Fünf-Tages-Reinigung an. Es wird genau vorgegeben, was du zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen zu dir nimmst. Im oberen Bereich hast du immer die Digestum-Klanz-Kapseln, dann den Protein-Shake und wie viel Ninja Red? Das sind zwei Shots, ein Shot, ich finde immer zwei Shots, also zwei so Wixi-Gläser. Und das machst du morgens wieder zu Abend. Und dann hast du zusätzlich am Magen, zum Mager, hast du nichts, aber du hast einen Snack in Form von einem Apfel oder einer Orange und 300 Milliliter Wasser am Vormittag. Zum Mittagessen nimmst du eine Tasse hohe Brokkoli oder andere nicht stärkerhaltige Gemüse. Das ist es. Und einen Snack, so wie hier. Und Abendessen, wieder eine halbe Tasse frische oder die Vorräte. Ich würde das nicht empfehlen, die Vorräte, das hat auch, lässt eben wirklich die Bio-Electricität sterben. Aber das ist jetzt schon, wenn du, vom Mittagessen, ein weiteres Etikett, also die Vorräte nicht so ideal wie frische Blaubeeren. Übrigens nimm nur Gemüse und Obst aus hiesigen Landen. Wenn du zum Beispiel Blaubeeren aus Peru kaufst oder Weintrauben aus Chile oder Argentinien oder Kiwis aus Neuseeland oder Südafrika, die sind mit einer Blei-Quellsilber-Chemikalie besprüht, damit sie nicht vorzeitig reifen. Und das Dumme ist, wenn wir jetzt aus Südafrika, aus Neuseeland oder aus Chile Obst bis nach Europa fahren, dann ist es wochenlang auf See. Luftfracht wäre zu teuer. Was macht man? Ich habe das einmal mit einem Bananen-Importeur, einem holländischen, besprochen. Wir sind gemeinsam von Ecuador, von Boyer-Killen nach Amsterdam besprochen. Und ich habe ihn gefragt, warum die Bananen so lange grün bleiben, nicht mehr wie früher. Und er hat mir gesagt, ja, die werden gespürt. Und das möchten Sie immer nicht wissen, was da drinnen ist. Aber anders können wir sie nicht frisch im Supermarkt nach Wochen haben. Deshalb also ganz wichtig, lokales Obst verwenden aus Spanien, aus Frankreich, aus Italien, aus eigenen Landen. Aber diese Langstreckentransporte, da kannst du dir sicher sein, werden immer Chemikalien verwendet. Du kannst natürlich normal Frühstücken, Mittagessen und Abendessen, dann wirst du auch den Effektanleidigung nicht haben. Das heißt, dieses Frühstück, dieses Snack, dieses Mittagessen inklusive dem, was hier unten steht, und dieses Abnis mit dem, was hier unten steht, ist ideal. Um den Leptinzyklus zu unterstützen, empfiehlt es sich, alle Snacks dazwischen aus dem Ernährungsplan zu streichen. Das heißt, der Snack ist eigentlich das, was hier steht. Das ist Frühstück, Mittagessen, Abendessen ist das, was hier steht. So ist das zu lesen. Aber das ist natürlich ziemlich hart, wenn ein hoher Metabolismus vorliegt. Das heißt, man wälzt sehr schnell um oder man metabolisiert sehr schnell, hat man natürlich sehr viel Hunger. Und dann sollten die vorgeschlagenen Snacks hinzugefügt werden. Das heißt, idealerweise sollte diese Kur sogar überhaupt nur so gemacht werden mit diesem Grundstoff. Ich habe es gemacht und ich kann dir sagen, das ist eine der härtesten Kuren am ersten, zweiten Tag. Ich habe persönlich massive Kopfschmerzen gekriegt, weil eben die ganzen Giftstoffe aus den Zellen kommen und dann wieder retrikuliert werden, bis sie ausgeschieden werden. Aber ich kann dir sagen, es ist die effektivste Reihungskur, die ich kenne. Nach fünf Tagen oder nach vier Tagen schon, ich laufe in der Wohnung rum und ich würde ein bisschen Barme ausreißen. So eine unbändige Energie bekomme ich von dieser Kur. Was wirklich erstaunlich ist, was da eigentlich in uns für eine Kraft schlummert, wenn wir gereinigt sind, wenn wir Gifte draußen haben. Also dieser Leptin-Zyklus ist eine sehr, sehr interessante Sache. Da gibt es auch Literatur dazu, dass man zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen fünf Stunden verstreichen lassen sollte und nichts dazwischen ist. Und dass man zwischen dem Mittagessen und dem Abendessen wieder fünf Stunden verstreichen lassen sollte und nichts isst. Und dass man zwischen dem Abendessen und Frühstück elf Stunden verstreichen lassen sollte und dazwischen nichts isst. Und das hat dann einen sehr, sehr wohltuenden Effekt auf das Leptin. Und du kommst in einen ganz anderen Stoffbösel hinein. Die Digest- und Cleanse-Kapseln sollten stets 30 bis 60 Minuten vor dem Protein-Shake eingenommen werden, um die Effektivität und Bekörnlichkeit des Protein-Shakes zu erhöhen. Das heißt, die Öle helfen dir, den Protein-Shake wirklich gut zu optimal zu metallisieren. Es gab zu leichten Unbehagen, Kopfschmerzen, jeweils nicht leichte Kopfschmerzen, sondern schwere Kopfschmerzen. Offenbar hatte ich sehr viele Gifte im Körper. Oder Eishuner kommen. Der Balance-Complete gleicht dies aus, nachdem es ein paar Minuten im System wirksam geworden ist. Sollte es zu Bläungen durch die Fasern kommen, Balance-Complete-Kazern mit Pflanzfasern, die natürlich auch reinigen. Dann kann zusätzlich Digest- und Cleanse mit jedem Shake oder wenn nötig zusätzlich mit Detox-Sagen gekommen zu diesen Enzym-Kapseln noch genommen werden. Das gleicht es dann aus. Zweiter Tag dieser 5-Tages-Reinigung. Genau das gleiche. Und wer möchte, das als Snack am Morgen, das als Snack zu Mittag und das als Snack am Abend. Also, es bleibt spartanisch, wer es richtig durchziehen will. Und auch wer zusätzlich Snack hat, nicht wirklich viel. Aber es beginnt das Kopfdeck, in meinem Fall, geregelt zu werden. Gegen Ende des zweiten Tages und es beginnt schon langsam dieses Gefühl, nicht nur dieser brillanten Reinheit in den Zellen sich einzustellen, sondern auch schon, es kommt Energie. Erstaunlicherweise, obwohl man jetzt zwei Tage fast nichts gegessen hat. Erfahrungen am zweiten Tag hängen von den jeweiligen Giftanlagen in den Menschen ab. Hohe Ansammlungen führen zu mehr Symptomen, Unwohlsein etc. Geringe Giftkonzentrationen führen zum Abklingen der Symptome und einem Ansteigen der Leistungsfähigkeit. Das ist das, was ich gesagt habe. Am Abend des zweiten Tages beginnst du auf wunderbare Weise plötzlich Energie zu spüren, obwohl du nicht viel gegessen hast die letzten zwei Tage. Bei Blähungen wieder kann dem Programm Detoxin Kapseln 2 zu jeder Mahlzeit hinzugefügt werden. Am dritten Tag haben wir eine Melone, eine Reiswaffel und eine Apfel statt der Blaupairn. Also es bleibt ein bisschen abwechslungsreich, aber spartanisch. Am dritten Tag klingen die Symptome der Entgiftung jetzt ab. Zum Bummel der Entgiftung gehen ab. Dann fühlt sich energiegeladener und zwar richtig energiegeladen. Der Körper gewöhnt sich an die extra Fasern, die eben auch helfen, den Darm wirklich gut auszuräumen in das Wasser. Es kann noch zu Hungerattacken kommen, die werden aber nicht mehr so heftig ausfallen am dritten Tag. Vierter Tag, wir kennen es schon, das Programm Snack bleibt spartanisch und die Wirkung ist aber jetzt wirklich im grünen Bereich. Vierter Tag, fünf, vierter Tag, man fühlt sich super. Der Körper fühlt die Vorzüge der Reinigung, er hat sich an die Fasern gewöhnt, verfügt über mehr Energie, der Heißhunger ist weg. Die Bewusstheit über die negativen Wirkungen der niederwertigen Nahrung auf die eigene Gesundheit wächst. Und das ist ganz erstaunlich, wenn man schon nur an gewisse Nahrungsmittel denkt, wie man sie macht. Ein alter Körper durch die Fünf-Tages-Reinigung in so einen Zustand von Bewusstheit und Klarheit und Reinheit versetzt wird. Das heißt, wenn du eine Ernährungsumstellung machen möchtest, ist eine Fünf-Tages-Reinigung ein super Wendepunkt. Der Körper hat ja seine eigene Intelligenz und dem wird die Gelegenheit für einen Reset gegeben, wenn du die Fünf-Tages-Reinigung machst. Das ist für Leute, die irgendeine Angewohnheit sich ändern wollen. Zum Beispiel Leute, die Alkohol trinken aufhören wollen, Leute, die Rauchen aufhören wollen. Welcher Lebensstil-Change oder welche Lebensstil-Änderung auch immer wird unterstützt durch die Fünf-Tages-Reinigung, weil die eben sehr, sehr stark den Reset-Knopf drückt bei uns, was unsere Bio-Krie und was unsere im Körper gespeicherten Gitte angeht. Und wir sind wie nahgeboren, wir sind ganz frisch. Wir spüren eine Reinheit, die wir seit der Kindheit nicht mehr hatten und wie ich dir schon gesagt habe, weil wir leider auch unsere Mütter-Giftsstoffe schon im Körper haben, bekommst du mit solchen Reinigungen eine Reinheit, die du sie vielleicht noch nie zuvor in deinem Leben hattest. Und du wirst staunen, nach einem Jahr fühlst du dich, so wie du dich seit möglicherweise Jahrzehnten nicht mehr gefüllt hast. Das ist das, was die Gifte in uns ausmachen und wie gut es sich anfühlt, wenn wir die Gifte loswerden. Also, der fünfte Tag hier wird ein bisschen abwechslungsreich. Gefällt mir mit dem Sauerkraut, da habe ich mich richtig gefreut. Auch die Miso-Suppe bzw. die Gemüsebrühe, super. Da freut man sich dann richtig, aber man hat nicht einmal mehr so richtig den Hunger. Das ist ganz toll. Der Körper erreicht ein neues Equipment. Man ist bereit, seinen gereinigten Katar vom Null an gutes Essen zuzuführen. Man fühlt sich gut und tatsächlich freust du dich auf die nächste Kur. Am vierten, fünften Tag. Wenn du dann wieder dich normal ernährst, dann freust du dich auf die nächste Kur. Dann ist es wieder wichtig, dass du Willenskraft hast. Sobald du wieder drin bist, wow, so gut tut mir das. Anmerkung, dies ist lediglich ein Startprogramm. Die intensivierte und zielgerichtete Nahrungsergänzungsmittel können nie nach persönlicher Situation erforderlich sein. Zum Beispiel, wenn Enzyme fehlen, der sollte dann Detox sein, Sulfur sein, Essential sein zum Beispiel verwenden. Dem Ineralien fehlen und vielen Leuten heute fehlt Magnesium. Das ist eine riesen Liste. Es gibt ja auch das interessante Buch, der Magnesium Miracle dazu, das Magnesium Wunder. Wenn du das mal lest, dann siehst du, was solche Mangelerscheinungen von einem so wichtigen Mineralen Magnesium alles bewirken können. Superkal und Merkal zum Beispiel sind hervorragende Quellen von Magnesium und Kalzium. Das wäre Core Essential Complete. Du siehst, man ist hier sehr, sehr gut aufgestellt. Und das wird auch dann erklären, wenn wir uns die Aufbauprodukte anschauen, warum die so wichtig sind. Das sind wirklich die Kernessenzen, die Kern-Nahrungsergänzungsmittel komplett. Das, was der Körper wirklich braucht. Vielen Dank.